Es war ein richtiges Feuerwerk, bei einer Talksendung hat ein Unternehmer Habeck zerlegt, was er genau gesagt hat, warum auch Habeck wunderbar hier aufgeflogen ist, dass er entweder inkompetent ist, böswillig oder gegen Deutschland arbeitet, du kannst dir eins davon raussuchen, anders kann man es nicht mehr erklären, was dieser Mann hier raushaut. Es ist eine gelebte Deindustrialisierung, die dieser Wirtschaftsvertreter und Unternehmer hier festgestellt hat, was er damit konkret meint und warum Habeck und Scholz jetzt anscheinend sogar Freude daran empfinden, dass unsere deutschen Unternehmen Deutschland verlassen, teilweise die Subventionen von den Amerikanern super finden und auch Verkäufe beispielsweise von Fismans Wärmepumpensparte für vollkommen legitim halten. All diese Themen bis zum Ende dranbleiben, es lohnt sich und teile dieses Video, damit die Grünen nicht mehr wiedergewählt werden. Das ist die größte Unterstützung, die du unserem Land momentan zur Verfügung stellen kannst. Und ich kann jetzt schon sagen, der letzte Satz, den wir in diesem Video besprechen, vor allen Dingen auch das Beispiel und auch der Vorschlag von dem Unternehmer, der hat tatsächlich alle zum Lachen gebracht und es zeigt eigentlich, wie realitätsfern sich Habeck hier aufgestellt hat. Deswegen, wir starten direkt rein und sicherlich hast du auch schon mal von dieser gelebten Deindustrialisierung gehört. Also wir haben hier den Geschäftsführer einer Gießerei in Lössnitz im Erzgebirge und er hat vor allen Dingen gesagt, Deindustrialisierung als Schlagwort entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit. Widersprach er zunächst und legte dem Firmenchef dringend einen Umstieg auf erneuerbare Energien ans Herz. Das heißt, der Unternehmer hat ihm gesagt, hier Deindustrialisierung, das ist, was er sieht. Unternehmen werden kategorisch entweder runtergefahren, kaputt gemacht und wir haben es ja in der Ukraine-Krise gesehen, frieren für die Freiheit und vor allen Dingen auch dort sollte ja möglichst wenig Energie verbraucht werden. Es gab also massive Produktionsstops und das einfach nur, weil die Regierenden das für wichtig gehalten haben, dass die Unternehmen jetzt tatsächlich für die Ukraine, für den Frieden einstehen. Eine absolute Humbug-Idee, denn die Ukraine-Krise ist weiterhin aktiv und viele Unternehmen haben dadurch eben sehr viele Punkte verloren, wo sie wettbewerbsstark waren und leider auch keine wirklichen Zusprüche bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du deswegen bei einem Unternehmen gekauft hast, weil die frieren für die Freiheit, frieren für die Ukraine ganz groß auf Plakate geschrieben haben. Also das ist für mich kein Auswahlkriterium gewesen, aber okay. So und gleichzeitig sagt er denn mit den erneuerbaren Energien, ja Herr Habeck, sie sind wirklich ein absoluter Witzkobold. Man kann es wirklich nicht anders sagen, er ist ein Witzemacher, ein Geschichtenerzähler. Wenn du jetzt als Unternehmer über Photovoltaik oder über Solar oder über andere Themen nachdenkst in dieser Richtung, dann kriegst du die doch eh erst in ein paar Monaten geliefert. Also selbst wenn du heute darüber nachdenkst, ist es durch den ganzen Lieferengpass und natürlich durch die extrem angestiegene Nachfrage, weil alle regenerative und erneuerbare Energien hier wollen, ist das Ganze fast kurzfristig nicht umsetzbar. Und langfristig kommt jetzt noch ein Punkt dazu. Erstens, die Subventionen sind relativ gering. Und zweitens, die Zinskosten, Herr Habeck, haben Sie im Wirtschaftsunterricht aufgepasst? Also vor zwei Jahren, da hätte ich wirklich auch noch das Ganze rentabel anbringen können, weil ich eben für lau eigentlich einen Kredit bekommen habe, nämlich für unter 1%. Mittlerweile kostet mich das Ganze allerdings wieder 4 bis 5% und dementsprechend muss man das hier in der Kalkulation natürlich mit berücksichtigen. Auch, dass man als Unternehmen ja nicht nur wegen einer Photovoltaikanlage sich einen Kredit aufgenommen hat, sondern wegen Produkten, wegen Lieferanten. Auch das ist mittlerweile nicht von der Hand abzuweisen, dass Habeck hier die Realität leugnet anscheinend, weil diese Unternehmen diese ganzen Kredite irgendwann refinanzieren müssen. Und dann komme ich auch von 1% und muss 5% bezahlen und dementsprechend wird es dann schwierig, da noch innovativ zu sein, geschweige denn wettbewerbsfähig. Gleichzeitig sagt er aber auch, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber der Markt für gegossene Produkte, die mit Kohle produziert wurden, dürfte im Jahr 2030 fortfolgend sehr begrenzt sein. Also sehr, sehr angenehm, Habeck, wie Sie hier reagieren. Es ist wirklich sehr sympathisch, wie Sie diesem Unternehmen hier Hoffnung geben, dass er eben als Arbeitsplatz schaffender Mensch hier gewürdigt wird. Und jetzt ist ihm auch da mal die Hutschnur geplatzt, denn es gab nämlich auch noch den Geschäftsführer der IHK und der sagte, es ist eine gelebte Deindustrialisierung. Das kann ich Ihnen aus der Praxis erzählen. Wir reden hier von dem Geschäftsführer der IHK, also der, der mit den ganzen Unternehmen Kontakt hat, zumindest eben auch das alles verwaltet. Das ist ein riesen Datenkrake natürlich auch. Die haben die Statistiken. Und der bestätigt jetzt also das, was Habeck hier leugnet. Wunderbar zerlegt, würde ich an dieser Stelle sagen. Die Vision aus Berlin würde auf die Realität in Chemnitz prallen und die sei düster. Angesichts der von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Transformation der Wirtschaft hin zu erneuerbaren Energien würden viele Unternehmen den Bach runtergehen, mahnte der Mittelständler und der Wirtschaftsvertreter eindringlich. Und das will Habeck nicht wahrhaben. Er ist tatsächlich auch hier wieder nicht wirklich auf das Thema eingegangen. Und jetzt wird es lustig, denn es gibt ja hier einen vorgeschlagenen Industriestrompreis oder eine Strompreisbremse. Und hier sagt er folgendes, nämlich sie sprechen ja von einem Brückenstrompreis. Und eine Brücke soll ja zwei Ufer miteinander verbinden. Nur das Problem ist, dass wir das andere Ufer nicht sehen. Wir sind total überfordert mit der momentanen Bundesregierung. Und ja, man muss wirklich sagen, dieser Spruch kommt leider nicht von Habeck. Das hätte man auch eigentlich schon wissen können. Also ganz ehrlich, dass wenn der mal wirklich seine Fehler zugibt und auch mal wirklich hier eine Begründung abgibt, eine Entschuldigung, das wäre ja mal ein achtes Weltwunder. Und weiter, wir sind zwar resilient als Mittelstand, aber halt nicht unsterblich. Und da muss man wirklich mal ein großes Lob aussprechen. Ich kenne viele Mittelständler, die haben jetzt mittlerweile die Ukraine-Krise erfolgreich gemeistert, die Pandemie erfolgreich gemeistert. Und die werden auch irgendwie diese erneuerbare Energie, ja, wie wollte ich sagen, Psychose werden die auch irgendwie meistern. Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, wie schwer will man es diesen Menschen eigentlich machen. Also ein Unternehmer, der ist natürlich geistig flexibel oftmals, der kann sehr schnell eben auch seine Strategien ändern. Allerdings muss das Ganze umsetzbar sein. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt auf einmal dann auch merkst, okay, in dem Land, außer in Deutschland, in einem anderen Land, kannst du viel günstiger produzieren, kannst du eben viel besser auch auf fossile Energien noch weiterhin bauen. Das ist ja sowieso der größte Witz, jetzt Afrika zu bekehren, dass sie bitte keine fossilen Energien mehr nutzen. Also da haben wir auf jeden Fall sehr laut gelacht. Und jetzt kommt eben auch der entscheidende Abschied vom IHK-Chef. Und da muss man wirklich sagen, sehr, sehr großes Lob an dieser Stelle. Lassen Sie uns mal für einen Tag den Job tauschen, dass sie wieder näher an der Gesellschaft dran sind. Und Habeck, der hat natürlich wieder unsympathischerweise das Ganze hier, ja, den Ball aufgefangen. Wenn Sie mir die Ehre geben wollen, einen Tag Präsident zu sein, nehme ich gerne an. Ja, das ist natürlich auch klar. Der IHK-Chef, der hat natürlich was zu sagen. Herr Habeck, ich kann Ihnen noch einen anderen Tipp geben. Bitte mal in der Bäckerei arbeiten, dann einen Tag in die Pflege, dann mal einen Tag mal, was nehmen wir dann? Ach, einfach mal als Bankberater können Sie auch mal tätig sein. Dann kriegen Sie auch mal ein bisschen Druck auf den Kessel. So, und was können wir noch machen? Was fällt dir noch? Ja, Friseur. Ja, einfach mal einen Tag als Friseur. Und dementsprechend, dann merken Sie langsam, was Sie in den Gesprächen mit den einfachen Bürgern. Und das fehlt Ihnen anscheinend komplett. Also anders kann ich mir diese ganzen Handlungen von Ihnen nicht vorstellen, was die so alle berichten. Ja, und wenn Sie denn den Zehnten haben, der sagt, Mensch, was die Grünen machen, ist kompletter Irrsinn. Ich muss jetzt hier 100.000 Euro in mein Haus stecken. Also das können Sie sich schön abknicken. Dann reden wir mal weiter. Also dann wissen Sie auf einmal, was die deutschen Wähler wollen und was nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass die alle richtig liegen müssen oder falsch liegen, sondern es geht darum, dass die Sie gewählt haben. Und deswegen verbreite dieses Video. Teile. Unten findest du den Teilen-Button. Das ist die größte Unterstützung. Das ist alles kostenlos. Wir haben keine Bezahlschranke bei den Inhalten. Das war uns wichtig. Und hier kommen täglich neue Updates rund um Habeck und die Politiker-Bande, kann man sagen. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal.